Wenn von Laserscannern auf autonomen Autos die Rede ist, denkt man meist an die auffälligen LIDAR-Systeme auf den Testautos von Google. Doch solche Laserscanner sind extrem teuer und störanfällig. Abhilfe sollen nun sogenannte Festkörper-LIDARE schaffen. Diese Geräte sind deutlich billiger und kommen ohne bewegliche Teile aus. Der 3D-Flash-LIDAR von Continental sendet aus einer Optik kurze Laserimpulse aus, deren Reflektionen von dem unteren Empfangsmodul registriert werden. In den mittleren der unteren Schwarz-Weiß-Felder sind die Gegenstände gut zu sehen, die sich vor dem Auto befinden. Da die Lichtimpulse auch Entfernungsangaben enthalten, lässt sich daraus direkt das obere 3D-Bild erstellen. Zwar haben Laserscanner keine hohe Auflösung, doch Objekte wie schmale Absperrketten und Bordsteine lassen sich identifizieren. 30 Mal pro Sekunde wird das Bild neu aufgenommen.